Oh, jetzt sind wir schon bei zwei Bronzespielern und David, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Volkestag. Ja, ne? Neue Season. Vielleicht haben sie die Länder wieder verkackt. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da zwei aus einem Clan in der Bronzeliga sind. Wenn du es schaffst, schon in den Clan dich zu organisieren, dann bist du nicht in der Bronzeliga. So, ich hab's auch einen neuen Ohrwurm verpasst. Ich bin halt schon wieder Terrane, was ist das denn hier? Auch die Dance-Moves dazu. Ja, das war das erste Mal, dass irgendwer sowas gemacht hat. Dass er davor in Österreich irgendeinen Trollbeitrag gemacht hat, der war aber nicht so toll. So ein überdimensionierter Pingu-Bär da hinten. Mann! Ja, jetzt bist du draußen. Ich bin ausgesperrt! Ja, komm doch rein. Du hast extra aufgemacht. Ich bin ja ein guter Teamspieler. Weißt du doch. BBS bereit! Warte gleich, eh die nach draußen muss. Das war ein ernst gemeinter Beitrag zur kulturellen, musischen Fortbildung. Hey, ist glaube ich irgendwie wie Achter oder so geworden. Ja, immerhin. Ich hab's dir ja vorhin erklärt. Es gewinnt immer nur entweder ein verdammt gutes Lied oder so Müll. Nee, in dem Jahr war Johnny Logan. Ich hab' überhaupt nicht mehr eins. Jetzt kannst du mir aber was rauskriegen. Jetzt kannst du mir aber was rauskriegen. Und auch in Hamburg! An ne 70.000er Stadt. Von daher. Immerhin zweifacher, also eigentlich sogar dreifacher ESC-Sieger. Also zweimal selbst und einmal als Komponist. Und einmal als Ersatz. Nee, da hat das komponiert. Aber es ist überhaupt nicht meins. So, was kommt als nächstes? 1976 Euro Visio en deux trois. Ja, das weiß ich nicht mehr was das war. Was ist das? Segenmalzahlung. Ich hab' das mit Sicherheit schon gesehen, dass es 76 ist. Du brauchst übrigens dein Warp-Gate. Nein, Autoplace auch. Ich muss mal kurz was wichtiges machen. Du musst aber dein Warp-Gate nehmen. Und es kommt ein... Bau mal ein Adept, weil es kommt ein Reaper vom Gegner zu uns. Ja, das ist okay. Penguin, la-ba-ba, 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 Penguin. Schon ein Ohrwurm. Das muss man nicht wieder lassen. Ja, fand ich auch. Heute den ganzen Tag. Ach, du auch gehört? Ja, deshalb hatte ich das ja gerade im Kopf. Also die haben wie viele Linge. Ich weiß nicht warum meine Probe nach vorne fällt. Da hast du gemeint beim Gegner und die hat inzwischen abgegeben und ist schon wieder da. Kann das sein, Seirok? Ja, ich wollte scouten, hab's vergessen. Ah, der Toi. Was ist das denn für ne geile Mucke? Ja, 80er, ne? Ist so wie dieses... Ah, der Toi. Warte, ich kann ja in meine tolle Exit... Er lebt halt immer noch, jetzt nicht mehr. Ich kann ja mal in meine tolle Exit-Tabelle gucken, Sarag, welcher Platz das für mich war. Was war 1976? 1976, France. Ah... Ah... Also... Und... Ja, ne, ich hab das ja in meiner Exit-Tabelle, Sarag. Ich hab ihn hier bewertet. Ach du, nach deiner persönlichen, nach der nährguckischen Bewertungsskala? Die nährguckische Bewertung sagt für die vierter Platz. Ich hab das... Kathrin Ferry. Ferry? Ich weiß es nicht. Bestimmt... In dem Jahr hat für mich gewonnen... Save Your Kisses For Me. Okay, das war aber ja auch klar. Bitte, was? Das kennst du. Das kennst du mit Sicherheit, das Lied. Ach, Save Your Kisses For Me? Oder... Ne, das war wieder was ganz anderes. Doch, doch. This is For Me. Save All Your Kisses For Me. Bye, bye, baby. Ja, das ist das. Ja, dann kenn ich das. Das war auch ein Klassiker der Musikkunst. Ja, das muss ich auch sagen. Das hat bei mir auch ganz seit acht Punkte bekommen. Warte, aber was denn on the Twitter? Für einen fetzigen Beter. Das ist auch... Uff da, Uff da Musik? Ja, das ist mir so... Ja, offensichtlich mochte ich's ja. Ich hab ihm immerhin 5,1 Punkte gegeben. Oh, die Dezimalzahlen macht ja der irgendwas auch. 5,1 war, weil ich die Platzierung bis 5 brauchte, glaub ich, oder so. Das heißt, es gab am Ende ein Stechen mit irgendwem anderem. Wo bleibt denn jetzt der stärkste Push aller Zeiten? Ja, sie haben viele Linge mit Speed, aber ich... Also, vielleicht ist sie doch eine Bronze. Sagte er, während er zwei Einheiten hatte. Und 1200 Radien. Das ist eigentlich völlig egal. Und jetzt fängt's ja auch noch an zu Lala an! Das ist sowieso... Jedes Lied, was Lala La hat im Dings, äh... Wird viel besser bewertet, weil das alle Leute verstehen. Weil man das mitsingen kann. Pfff... Das war der harte Bruder da. Das kann auch jeder mitsingen. Also, das hat zwar eine Bedeutung, wenn man dazu nennen kann, aber da kann auch jeder Mensch, kann das mitsingen. Vielleicht bin ich noch nicht, wie gesagt. Ich bin erst bei 1980, also 80 durch. Da kommen sie. Viele Linge. Ich komm mal nach vorne. Nee, bleib, bleib mal, bleib mal. Ich komm mal nach hinten. Und viele Dinge, ich hab überhaupt nichts. Und bin Supply blockt. Also... Warum stehst du eigentlich in unserer Main? Kannst mir das mal erzählen? Du hast gesagt, ich soll da hinten bleiben! Ja, aber hinten heißt doch in unserer Netschel. Ja, das ist so eine Anziehung der Auslegungssache. Also, ich spiel so schlecht. Aber ich spiel halt auch Terrane, also von daher alles gut. Äh! Da toi! Da ist wat. Da kommt wat. Da tut wat. Kommtum. Da ist wat. Da tut wat. Da tut wat. Ja, Mars Bailing. Geile, geile, geile! Jaaa! Los, Geld ab! BBS bereit! Gelb Gumi! Der Julian Bam und ich... Ich hab mich nicht vermischt, dass der Contest. Also stell dich gesplintet hin, ne? Cyroq, wir wissen doch, dass Bailing er kommt. Ja und? Das ist ganz nett hier gerade. Ja und? Das ist nicht so nett in meiner Main. Blister. Und da hab ich jetzt nicht so viel. Bleib du mal in der Natural und halte uns alles auf. Ich geh hier... Ja, aufhalten bin ich gut. Luft... Luftikus hab ich noch nicht so viel. Du bist du... Du bist du... Ich hab viel zu wenig. Das ist ein Cruiser! Jaaa! Das meinst du, wieviel Schaden der macht? Nen, das macht er auch noch hier am Auto-Climmin. Jetzt hast du ihn. Naja... Der war aber teuer für mich. Los, los, los! Ah! Was ist das Ding hier? Ich hab mein Hoppies vertiedelt. Es kann losgehen. Wir waren... Jetzt geht's los! Ich spiel so schlecht, ne? Ja, mach nix. Oh, wo schon... Das Spiel wird jetzt vorbei. Du solltest uns jetzt Einheiten bauen, die die Luft schießen können. Wenn du weißt, dass der Gegner... What the rules about, Sarok? Ich bin Supply Block. Ich kann gerade gar keine Einheiten bauen. Diese Transferleistung ist bei dir manchmal nicht da irgendwie. Transferleistung?! Ja! So nennt man das. Wenn du was vorgesetzt bekommst und dann selbst einen Schluss daraus sehen musst. Das ist ne Transferleistung. Das ist... Lehrbereich 3 ist das. Also das ist... Das ist immer 1, 2 und 3 bei Klausuren eigentlich gehabt. Auch das, was der Kollege Davy Selke gemacht hat. Transferleistung, oder nicht? Ne, der hat überhaupt keine Leistung gemacht. Wenn du Selke und Leistung in einen Zusammenhang bringst, das ist schon von vornherein ne Fehlentscheidung. Irgendwann hab ich angegriffen. Wir werden gescannen. Ich bin so schlecht. Nein, lass nix anregen. Hast du Geld über? 400... Ich geb immer alles, was ich habe. Eigentlich könnte ich jetzt ne Exit bauen, aber das mach ich auch nicht. Weil ich hab ja jetzt kein Geld mehr. Ich hab's genutzt, um ne Echse zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Ich will das doch in Ordnung. Ich will das so kleinlaufen. Ich will das so kleinlaufen. Ich will das so kleinlaufen. De Toi! Je m'appelle Maximilion! Ja, lass mal drauf. Das ist ein Tank. Ja, wir müssen ja nicht auf den Tank gehen. Wir können ja mal hier auf die Echse gehen. Wo kann denn Je m'appelle Maximilion her? Das kenn ich irgendwo her. Weg, 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 weg! Weg, Dinger! Du kannst stormen und sowas, ne? Ich steh einfach drin. Ja, aber du hast damit mehr verloren, als nötig war. Zallerock, nicht stehen bleiben! Zallerock! Ich hab meine Hotkeys verpisst! Verpisst? Ja, schade. Wir hätten das gerade gewinnen können, wenn du mitgefallen hattest. Ja, sorry! Ich wusste, ich hab mal leider... Du kennst das doch, wir haben die Hotkeys! Geh doch auf die... Geh doch auf die Battle-Posat, Zallerock! Geh doch auf die Battle-Posat, Zallerock! Jetzt nicht mehr! Da ist es nicht bestätig im Feld, Loh! Ja, warum? Versteh dich auch nicht! Ich hab halt... Und damit ist alles gesagt! Du kannst kaum noch erwarten! Du stomp den mal wenigstens! Ich muss halt mal sagen, wenn ich nicht gerade am Makron bin! Ja, was? Ich hab den nicht eingegriffen! Er hat uns eingegriffen! Du verlierst immer noch alles! Harock, wir sind immer noch im Fight! Wir sind immer noch im Fight! Warum gehst du nicht auf den, der quasi tot ist? Drauf blinken und... Schöne ihn! Er hat die Amamoto... Nein, hat er nicht! ...fliegen eingesetzt! So schlecht! Ja, auf dich so schlecht zu machen! Du bist gut! Du bist sehr... Nein, bin ich nicht... Doch! Ich hab nicht mal ein Mini weg! Ich kann dir auch keins leisten! Er kommt! Oben! Zalrock, Hilfe! Richtig blocken! Ja, und jetzt bleibt er wieder stehen für den Rest! Und dann wieder rein zu moven! Ich hab aufhört, mich hier so schlecht zu machen! Das machst du schon selber! Ich tue mein Bestes! Lass jetzt mal diese Wäse hier rausnehmen, mein Gott Walter! Ah, das ist der andere... Das war... ... le j'im en fabrie de l'on... ... Brot, Paquette... ... äh... ... Mozzarella... ... Chanson... ...the trois... ... käme wie noch ein... Weil ihr solltet das Lied lang so weit ist vorbei! Ich sag das auf... ... schon lange vorbei, du dich schon aus! Ich dachte, Autoplay bringt dir das nächste Lied, wo ich dir sagen kann, was mein Platz ist! Erstmal hier ein Peil im Bauch. So, ich hab mir die Wechs. Jetzt geht auf, glaub ich. Jetzt geht auf. Was auch immer das heißt. Jetzt aufgeben. Dass wir jetzt aufgeben? Dass es jetzt aufgeht, Nergowix. Hör doch mal zu. Ist das ein Kugel oder was? Das ist ein Problem bei dir. Du hörst nie zu. Wie hört er mir zu? Tänk, tänk. Ja, Battlecruiser. Ja, bis die, bis übrigens Torrenten Battlecruiser besiegt hat, trotzdem, ich lass mal draufgehen und sterben wenigstens. Lass uns mit Würde sterben. Farak, Würde sterben. Sterben, Würbel. Nicht mich, Storm, bitte. Ich glaub, ich hab richtig zu. Der kommt, glaub ich, zurück, Nergowix. Le Musique des Chapeaux sieht sie, glaub ich, oder? Kann das sein? Ne, oh, das war. Yamamoto, äh... Also, er hat sich auf jeden Fall auch gerecalledt mit seinen... ...Piechern. Ah, sag doch was. Hör doch auf, hör jetzt! Ich hau es jetzt gesehen. Sehr gut, Kugels. Battlecruiser down. Die Medivacs machen uns fertig. Äh, nicht die. Die Medivacs machen uns fertig. Medivacs machen uns fertig, ja. Ganz deiner Meinung. Haben die Badling explodiert, oder was ist denn los? Oh! Da sind sie! Sag, oben, oben, oben! Ja! Ich weiß noch mal Yamamoto kennen. Ja, solange die auf meine Medivacs machen, ist ja alles gut. Du machst das. Ich vertraue auf dich. Ich glaube an euch. Ich habe getan. Ich glaube an dir. Ich habe getan. Bis bald, ich glaube an euch. Wir vertrauen euch. So, tschüss. Mit verdammten. Ich habe, ich habe, ich bin ein Teil. Ich habe, ich bin ein Teil. Vielen Dank.